Je mehr ich nachgedacht habe, was ist eigentlich der einzige wichtigste Faktor, bin ich ganz klar aufs Wasser gekommen. Wir sehen uns das Wichtigste, was das Wichtigste, was das Wichtigste. Ein Teil der Faktor von Pure Life ist das Marketing. Ich habe es gesehen, dass es in meinen Augen passiert. Hier ist ein Markt, wo niemand trinken, Wattelwater. Wenn wir das, 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 dann haben wir 10 Millionen Konsumenten. Wie ist das? Das ist das? Sie sind after-profit. Sie sind die Predator-Water-Hunter-Hunter-Hunter-Hunter-Watt-Watt-Watt-Watt. Für eine Tanker-Lode, Nestle pays 10 Dollar. Eine Spottel-Watt-Watt-Watt-Watt. Sie haben Watt-Watt-Watt-Watt-Watt. Sie haben viele Mögen. Was legal und was ethisch und moral sind zwei andere Dinge. Und an einem Moment, das Ressource wird ausgerüstet werden. Ich werde nichts von Nestle machen. Wenn ich zu essen bin, werde ich. Sie haben lidt viel mehr. Ich werde es einfach länger geben. Ich werde es auf keinen Weg. Ich werde es auf keinen Weg. Untertitelung des ZDF, 2020